Du bist Glückseligkeit, nicht dieser Körper. Kommentar zum 415. Vers von Viveka Chudamani. Shankara schreibt, Verwirkliche Dein eigenes Selbst, den Atman, als Wesen der ewigen reinen Erkenntnis und Glückseligkeit. Nimm Abstand von diesem begrenzten, stumpfsinnigen, unreinen Körper. Denke nicht mehr an ihn, denn ein Ding, das erbrochen wurde, ruft nur Abscheu und Ekel hervor, wenn es daran erinnert wird. Das sind etwas krasse Worte, und ich selbst würde es etwas anders ausdrücken. Trotzdem, diese krassen Worte sollen auch etwas Wichtiges sagen. Moderne Aspiranten überbewerten den Körper. Sie überbewerten die Gesundheit. Sie messen den Grad ihres spirituellen Fortschrittes an ihrem Körper und der Gesundheit des Körpers. Shankara sagt, hör auf damit. Du bist nicht der Körper. Im ganzheitlichen Yoga sagen wir, ja, kümmere Dich um den Körper, halte den Körper gesund. Im ganzheitlichen Yoga sagen wir auch, kümmere Dich um Deine Psyche, entwickle Deine geistigen Kräfte. Im ganzheitlichen Yoga sagen wir auch, dass Gesundheit und Krankheit des Körpers auch beeinflusst wird von der Psyche, und so kannst Du durchaus über körperliche Probleme manchmal auch sagen, was vielleicht in Deiner Psyche ist. Du kannst an Deinem Körper arbeiten, um an einer Psyche zu arbeiten. Du kannst an einer Psyche arbeiten, um am Körper zu arbeiten. Es gibt aber eine gewisse Gefahr, dass moderne Aspiranten den Körper wieder zu ihrem Gott machen und dass sie den Körper praktisch verehren und den Körper zum Maß von allem machen. Aber das ist eine unsinnige Sache. Man kann über den Körper an der Psyche arbeiten und kann über die Psyche an dem Körper arbeiten, aber dann löse Dich von beidem. Du bist nicht der Körper und Du bist nicht die Psyche. Kümmere Dich um den Körper wie um ein Instrument. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, dass der Tempel, das ist der Körper, der Tempel der Seele ist. Gut, er sagt es nicht ganz so, aber er sagt, ich bin im Körper. Quäle nicht den Körper, wer den Körper quält, der quält mich, der im Körper ist. In diesem Sinne, in Deinem Körper, dort ist das Selbst. Aber Du bist nicht das Selbst. So wie Du nicht die Kleidung bist, Du bist das Selbst. Du bist nicht der Körper. Natürlich bist Du das Selbst, aber Du bist nicht der Körper. So wie Du nicht die Kleidung bist, bist Du auch nicht der Körper. Mache Dir das immer wieder bewusst. Erkenne Dich als ewige, reine Erkenntnis, reines Wissen und Glückseligkeit. Identifiziere Dich nicht mit dem Körper.